Und hiermit nochmal. Willkommen bei Temptation Island. Auch Jana Maria nimmt indes ebenfalls jedes Amüsement dankend an. Links saß Philipp und hatte mein rechtes Bein in der Hand und hat massiert, durchgeknetet. Und rechts von mir saß Kali und ich hab's wirklich genossen. Abstand, die schönsten Füße, die ich angefasst habe. Ohne Scheiß. Sieht auch gepflegt aus. Wow, wundervoll. Darf ich? Einmal reinbeißen, so? Komm einmal so, ich beiß mal in den Ecken an. Darf ich schon mal? Macht das, ihr wollt? Die könnte ja nur so gestört sein. Dass sie mich heute an ihre Füße reingelassen hat, das war schon so ein Highlight. So, jetzt gibst du sie mir, weil sie gehören mir. Sie gehören mir. Küss. Jana Marias Füße haben einen unwiderstehlichen Duft. Ja, drück doch mal dagegen, ne? Damit du's einfach mal selber. Sie geht immer wieder auf mich zu. Sie möchte immer wieder den Kontakt mit mir. Sie genießt es auch, ich glaube, sie hat ein bisschen einen Rollentausch hinter sich. Dass sie die Verführerin ist und ich der Vergebene. Eine. Ja, 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 ja. Als ob du deine Fingernägel lackierst, weißt du? Ja, Mann, ja, Mann. Als, du weißt doch, als Schutz. Es war phänomenal. Intimer geht es schon gar nicht mehr. Es ist ja schon fast quasi so, dass sie mir ihre Füße in den Mund steckt. Ich weiß nicht, wie er, ich weiß nicht, wie Kali auf die Idee kommt, um mir Gummibärchen zwischen die Zehen zu klemmen und die dann raus zu essen. Ich hab kein Fetisch. Oh, ich hab nicht mehr, ich schwör, ich hab nicht mehr.